Einen wunderschönen guten Tag, liebe Boys & Girls. Heute mal komplett anders hier, oder? Sebi The Sub ist übrigens am Film hier und hier unser Chefkoch Schirko, Schirko Hasi, ist auch dabei. Wacken! Leute, er hat es jetzt schon vorweggenommen. Wir sind auf Wacken, richtig geil. Und wir sind auch Partner von Wacken. Und dieses Jahr, heute sind wir am Auftakt. Sebi, was ist heute hier? Wir sind in Lemmys Bar, in der Lemmy Gedenkbar. Und heute kommt hier die Haute Couture, der Metal. Doro ist da, Rudolf Schenker von Scorpions soll kommen. Ich warte die ganze Zeit noch, dass Jason Darulo noch kommt, aber mach kicken, ob der... Es geht! Nein! Okay, Leute, wir sind hier zusammen mit Anker Crowd, mit der Crowd von Anker Crowd. Die sind gerade, ich glaube, die sind am Anfahren gerade, die haben schon aufgebaut hier. Und wir machen was richtig geiles, denn heute, wie gesagt, ist hier Interview, wird live auf MagentaTV gestreamt. Das kann ich da mal einblenden übrigens, wenn es das bis dahin noch gibt. Wenn nicht seid nicht böse, dann ist es halt schon wieder weg. Der Schirko macht hier richtig geiles Fleisch. Übrigens, hier grüße ich hier nochmal raus an Donkane. Wir haben hier richtig schönes Schirko. Was hast du da? Was hast du da? Hier haben wir geiles Entrecote Steak vom Donkane. Chugichu, alte Kuh. Kann ich euch jetzt nur wärmstens auf das Herz legen. Mega lecker. Da ist ordentlich fett dran. Auf jeden Fall. So, Leute, wir sind hier so ein bisschen am Machen. Wird keine normale Barbecue Madness-Folge. Es gibt Steak, Leute. Richtige als Steak und Nacken gibt es hier. Und Wings. Und Wings. Packt mal hinten auf Flint. Ah ja, wir haben Earl am Start natürlich hier, Leute. Voll aufgedreht hier. Flint ist schon am Vorheizen. Earl ist da, Fat Fred ist da, Schirko ist da. Ich glaub, wir machen jetzt mal hier so ein bisschen unser Mise en Place fertig. Und dann warten wir auf die Künstler, auf die Leute, auf den Wacken Stuff. Und dann geht's ab. Was? WHAAAAAT? Wedgie Steak. Bis zum nächsten Mal. Semi, komm mal rum hier, ran auf den Meter, nicht zu nah, bin noch ein bisschen verknautscht von unserem Biergelage gestern, aber was ich euch zeigen wollte, Leute, Ankerkraut hat mit Wacken ziemlich nice Gewürze gemacht, guck mal hier, wir haben Black Salt, Fire and Smoke und Classic Spicy. Das sind die Original Wacken Gewürze, die werden wir auf jeden Fall auch verwenden heute, der Sebi wird euch da ein bisschen rangehen, ich bin sehr gespannt, wie die schmecken, hab's noch nicht probiert, aber wie die Boys und Girls kenne, ist das bestimmt ziemlich nice, deswegen, wir werden heute einiges ausprobieren, stay tuned, und jetzt macht der Sebi weiter mit, hier, gehst mal ein bisschen rum, machst du eine, das wollte ich schon immer machen. Fertig? Jawohl. Weißt du, was es heute auch gibt? Was denn? Black Angus. Black Angus. Let's go, let's go. So liebe Leute, wir müssen bisschen leise sein, ich komm ein bisschen mehr ran, weil hinter uns läuft gerade der Livestream, ich hoffe ihr seht den. Bierversorgung ist schon mal perfekt. 1973 Racken Barbecue, also 8 AF. Wir haben hier schon den ganzen Stuff und auch die Künstler verköstigt. Zum Beispiel war in Extremo da. Das war in Extremo geil. Richtig gut Steak am Start. Macht mega Bock. Hier hinten läuft der Livestream. Ich sag mal, wir gehen wieder in Kreis. Das allererstes Wacken war ja das Wacken 2013. Hast du Probleme beim Überstülpen, Schirko? Ja, aber da gibt es einen kleinen Trick. Wenn ihr da mal nicht ganz reinkommt, dann tut das einfach mal so halb rein. Und dann... Geil, oder? Was ihr nicht wisst, ist, dass der Schirko, bevor er diesen Job hatte, bei Long-Tierchen in der Fußgängerzone aufgeblasen hat. Ungefaltet. Hunde. 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 So Leute, wie ihr seht hier, die letzten Catering-Sachen gehen noch weg. Wir machen uns noch ein Bierchen auf. Gute Stimmung. Hier ein paar VIPs sind auch noch da. Ich glaub, wir trinken gleich noch ein Bierchen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in einem noch geileren After-Movie, Sebi, ne? Noch geileren After-Movie nach dem 16., 17., 18. September. Schaltet ein, bleibt dabei. Wir freuen uns auf euch. Klappe und hier.